Das Sitzplatzangebot im Font besteht aus einstellbaren Einzelsitzen. Je nach Version können die äußeren Sitzplätze mit einer Sitzheizung ausgestattet sein. Die Sitzlehnen können mittels eines Griffes an jedem Sitz von Hand umgelegt und aufgestellt werden. Bei der Ausführung mit sieben Sitzen sind zwei Sitze in der dritten Reihe im Boden versenkbar. So können jederzeit mühelos zwei zusätzliche Passagiere mitgenommen werden. Zum Einstieg in die dritte Sitzreihe ist zunächst, diese Entriegelung am Sitz zu ziehen und nach vorne zu legen. Der Passagier nimmt im Sitz der dritten Reihe Platz, zieht den Sitz der zweiten Reihe wieder zurück und kontrolliert, dass der Sitz eingerastet ist. Mit Hilfe der elektrischen Entriegelung lassen sich die Sitze der zweiten und dritten Reihe zu einer bündigen Ladefläche umlegen. So wird leicht und mühelos Transportvolumen geschaffen. Dazu ist bei stehendem Fahrzeug, geöffneten Sicherheitsgurten und zugeklappten Fonttischen entweder die entsprechende Taste der im Gepäckraum befindlichen Bedieneinheit oder die Schaltfläche am Multifunktionsdisplay zu drücken. Wählen Sie hierzu die umzuklappenden Sitze oder Sitzgruppe aus und bestätigen sie. Sind alle Fontsitze umgeklappt, so entsteht eine ebene Ladefläche mit 2040 Kubikdezimetern Laderaum.